Oh, jajajajajaja, weiter, 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 jajaja. Und dann gleich, schön in die Sie-Max-Masse. Jarak ist eine türkische Spezialität. Chat, ich speise jeden Abend Jarak und es schmeckt mir köstlich, schmackofatz. Moin Leute, heute zeige ich euch nochmal, wie ein Zollstock ein Bier öffnet. Vom Prinzip her ist es ganz einfach. Wir klappen den Zollstock aus, damit wir einen längeren Hebel haben. Und dann setzen wir ganz normal an und öffnen wir das Bier. Der ist in der Luft einfach eingefroren. Hat die einen Spitznamen? Mann, ich habe diesen Clip schon so oft gesehen. Mir reicht's. Und die meinten irgendwie zu mir, ich muss abgeschoben werden. Und ich wollte halt fragen, seid ihr Deutscher, also habt ihr deutschen Pass oder so? Ich habe japanischen Pass. Und du? Ich auch. Ich auch. Chilliges Schlafzimmer. Teuer war sie denn? 47.000 Euro? Das ist nichts. Was? Ach so. Das war sehr viel Geld. Und das für eine Ohr? Keiner Cringe, dass das Kind das viel findet, oder? 47.000 Euro. Ohr. Und das für eine Ohr. Sieht ganz schön aus, die würde ich gerne mal ummachen. Dann mach die doch gerne um und ich tausch gegen deine. Dankeschön. Dankeschön. Oh, das ist eine sehr schöne Ohr. Das ist nicht lustig. Okay. Anwesend. Wow, Audi hat mich so Rops genommen, Alter. Ich schreibe. Danke schön. Audi. Schick ihr dieses Bild. Wie lustig. Spaß. Das ist so geil. Man muss sich vorstellen, überall in diesen ganzen Unternehmen sitzt jetzt unsere Generation. Nur so verminen, verkrackte, sozial inkompetent gestört depressive Teenager, die überall arbeiten. Und wir reden einfach so richtig rough, dass es wieder der Soundpraktikant übertrieben wild. Richtig nice. Perfekte Welt. Seit kurzem in Kirchheim am Neckar, aber schmeckt so eine Automatenpizza. Hab ich noch nicht probiert, aber ich probiert gerade mal ein bisschen. Dankeschön. Kruspick, sehr gut. Kruspick. Überläub, alles schön. Dankeschön, Bro. Ich hab nichts verstanden, aber wenn du mir noch kurz ein neues Mikrofon kaufen könntest, weil das Überkäse drauf wäre echt geil. Wunderbar. Stell dir vor, du sagst einfach Polizei, mein Sohn wurde entführt und Polizei driftet einfach auf Parkplatz, weil wir haben gerade Mittagpause. Oh, baby. Hup, hup. Einfach auf dem Radplatz entspannt. Was geht, Bro? Ich glaub, Marley, dankeschön. Du bist auch im dritten. Okay. Hey. Hey. Pass auf, wie du auf dieser Welt vertraust. Sogar dein Eistee ist eigentlich ein Pitsch. Bald ist Ramadan, ich werde halal unterwegs sein. Jetzt kommen viele, ja Teilzeit-Muslim hier, da. Besser Teilzeit-Muslim als arbeitslosen Muslim. Merkt ihr das? Ich habe einen Punkt. Wenn ihr nicht wollt, dass bei eurem Freund im Auto Mädchen mitfahren, dann kauft ihr ihm einfach so einen Luftbaum. Nee. Ich kann auch einfach abhängen. Ist ja so, ist ja so. Ich denke mir so, ja man, Baba Joghurt, ne? Ich mache auf. Ich komme ja gar nicht klar, was meine Mutter da macht. Oh oh. ...dich isst und Gina ist ja auch schwanger. Das Kind kommt wahrscheinlich die nächsten Tage. Das ist wahrscheinlich die nächsten Tage, deswegen konnte ich jetzt auch nicht einfach, äh, ja, Jo. Auf ganz entspannt. What? So. Moin, moin, ihr Schlingel. Mein Gott, Digga. Wenn ich noch einen Montana Black Insta-Story-Clip sehe, dann wirklich, dann kastriere ich mich selber live on stream. Ja. Das war ein Witz. Ich habe es schon gemacht. So eine Sch... Ich gönne, ich gönne, ich gönne. Aber was genau machst du da eigentlich, Dieter? Dieter, was war das? Ich esse ja nun schon sehr lange Gesichtswurst, aber ich habe jetzt... Gesichtswurst, Digga, dieser Name. Ich habe jetzt festgestellt, das Dunkle. Aha. Also, das schmeckt am besten und das hebe ich mir eigentlich immer so zum Schluss auf. Ich esse erst das andere und am Schluss das Dunkle. Ey, jeder braucht ein Hobby, Dieter. Ich fühl's, Bro, ich fühl's. Das ist... Was? Alter, er hat sich so einen Rückstoß... Äh... Hier. Ne? Genau. Schreibt doch mal, ja, in den Chat. Könnt ihr ja machen. Hä? 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 Kusin! Wallah, ich hab Appetit! Hehehe. Junge, wie er auf Suicide Mission da reinjumpft! Wie wird ein Paddelboot noch genannt? Schlauch Kojak, Kajak oder Anorak Josefine, wie nennt man Ananas Genau, die ist es Wie? Ananas, ne? Ja, aus Popo, danke Da, eins, zwei oder drei Welche Antwortmöglichkeit geben Sie mir? Eins, zwei oder drei? Josefine, heute auf Monteneville unterwegs, die Arme Hallo Zwei Ganz genau Kajak, jawohl, das passt Ich bin da einfach gewonnen, obwohl sie gar nicht wollte Die Antwort ist Schütze, ist doch klar Führerschein und Fahrzeugschein Es kommt Post von der Bußgeldstelle Ey, Kollege, so nicht What the fuck Wenn es euch während der Autofahrt langweilig wird Digga, wie soll ich denn während der Autofahrt Nintendo Wii spielen? Ich muss doch gucken, dass ich das Autofahrt-Game schon perfekt mitnehme Ich muss ja allen Dingern ausweichen und möglichst viele Punkte sammeln beim Autofahren Ey, habt ihr das auch manchmal, dass ihr Autofahrt und ihr denkt in eurem Kopf, es ist ein Videospiel Und dann seht ihr alle Menschen nur noch als so Coins, die ihr überfahren müsst Das war ein Witz Nein, nein, alles gut, das war ein Spaß, habe ich nicht Das war ein Spaß, okay, ich will das hier nochmal, ich will das hier nochmal ganz klar stellen Ich hab das nicht, ich hab das nicht Ich hab das nicht, es war ein Spaß Ich hab das nicht Das war ein Witz, ein Witz war es, na klar Oh, schlimm, 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 ganz, ganz schrecklich, ganz schrecklich Ja, Bro, ja, ja, ja Oh, nein Oh, gut Ich zeige ihm ernsthaft das Bild Da geht von hier so ungefähr Übergang los So Ding, ein Strich Er rasiert bis hier oben Er geht in meine Maschine so direkt Direkt Digga, Junge Digga, ich sage, was machst du? Ich schrei direkt Er sagt mir, du willst doch Seiten auf Null Digga, Seiten hören hier irgendwo auf Digga, ich sage, ich will Seiten auf Null, aber mit Übergang halt Hier Null, da Übergang, da Strich Ich hab dir ein Bild gezeigt, ich halte das Bild noch So beim Schneiden Ich halte das Bild Wo, wo sind die Haare, Bro, du? Und dann macht er Ich höre einfach Irokäse Und dann wollte er retten Er wollte retten Er wollte retten Er macht hier Digga, schau, wie ich ausschau Wie ein Huhn Was ist denn? So bin ich 2010 rumgelaufen Kurdozeiten bin ich so rumgelaufen, Alter Jetzt Seitenschein ist sehr, sehr wild Ich halte das Bild 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 Ich halte das Bild